Das muss doch sein. Ich glaube, das ist das Gebäude hier. Ich muss nur gucken, wie ich reinkomme. So topnotch, wie das abgesperrt ist. Oder das dahinter. Es muss auf jeden Fall irgendwo hier sein. Hi. Wer bist du? Ah, das ist Benjamin. Achso. Achso, Entschuldigung. Ah-ha. Ja. Hm, okay, persönlich können wir nicht werden, das haben wir. Hm, da. Äh. 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 Aha. 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 Rent a room. Da möchte ich bestimmt wohnen. Das heißt, wir kommen noch später rein. Ah, ich sehe das. Ja. Ich bin Dr. Reed. Ich würde dich fragen... Doktor? Interessant. Ich... Ja. 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 Hier. Ja. Ja. Das war's. Ja. Okay, dann haben wir ihn auch. Ich gucke mir vor, wie war es da, du Welli. Ich gucke mir vor, wie war es da? Aber Sie sehen uns wieder. Ich habe ihn schon seit Jahren kennengelernt. Ich habe ihn Boxen einmal oder zweitens gesehen. Er war ein Freund, dann. Aber in diesen Tagen ist er nur noch ein Thug. Was kannst du mir erzählen über Mr. Peterson? Außerdem, seine Verhältnisse zu dir, natürlich. Colossus Joe war ein guter Boxer, sogar ein guter. Aber nachdem seine Frau erledigte, er hat einen Weg, um zu stoppen zu trainieren. Er wollte nur mit allen mitbeleidigen. Es ist immer leicht, um einen neuen Weg zu finden. Besonders nach dem Verlust eines Liebes. Das stimmt, das stimmt. Aber Verhältnis ist sicherlich nicht die beste Option. Wir haben alle sehr schweren Zeiten, nicht wir? Und die meisten von uns nicht benutzen, um uns zu sehen. Und niemand hat sich auf diesen Thug gehalten. Niemand wird genug zu sein, um gegen die Wettbeut stehen zu sein, Junge. Auf Wiedersehen. Und schlafen wir es alle nicht in die Runde wahrscheinlich gedreht, Der hat Migräne... Dem geht's gut. Dem ist alles Tutti, mit dem ist alles Tutti und der ist auch... Ja... alles gut. Ich weiß, dass ich da hin muss... Aber eigentlich bin ich da gar nicht inancing. Man muss nicht unterlegen. Ah, sieht sehr enthusiastisch aus. Ja? Ja? Well, I suppose I can... As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. What do you mean? The beast is finally revealing itself. Corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes, I have seen them. Those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this villain? Das zieh ich durch, Genas. Das kann ich durchziehen. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Ah. Tell me, Tobias. What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this... Ugh. Entschuldigung, ich konnte nicht in der... ...in der kriecherischen Rolle bleiben. Ah. Ah. This is God's will. You're mad. And dangerous. You're nothing but a soulless butcher. My son. If you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool. Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Okay, uh... Ah. Das, äh, ich glaub, der lebt nicht mehr. Nur so eine Idee. Während der Epidemie können wir ja trotzdem arbeiten gehen, ne? Ist ja nicht schlimm. Da passiert doch ganz bestimmt nichts. Wow. Ah. Oh, also mit diesen, äh, Oldschool-Ansichten, äh, schwierig klarzukommen, ist nicht so mein Ding, ne? Kann ich in keines Art und Weise unterstützen? Und, ja, toll. Äh, achso, das hat mir ja schon, ich bin doof. Wow. Ich möchte halt eigentlich den Loot haben. Wir gucken aber gleich hier nach Loot. Und, äh, ja. Für euch sind es zwei Sekunden. Ich glaub, ich mach erstmal eine kleine Pause.